Hallo, heute habe ich euch was Tolles mitgebracht. Schaut mal, mal sehen was hier drinnen ist. Das sind doch Eier. Eier in verschiedenen Farben, die man ineinander stecken kann. Siehst du? Und du kannst damit spielen, wenn du zwölf Monate alt oder älter bist. Ich mag diese Verpackung, die ist doch sehr schön. Aber ich möchte jetzt diese Eier herausnehmen. Siehst du, wie schön die Verpackung ist? So, hier kann man sie aufmachen. Und hier ist auch das Ei. Hier haben wir ein großes Ei. Ein großes blaues Ei. Und das können wir aufmachen. Siehst du? Und was steckt drinnen? Eins, zwei und drei. Noch ein Ei. Und das hat eine andere Farbe. Siehst du? Das können wir auch herausnehmen. Ausnehmen. Jetzt schauen wir mal in dieses Ei hinein. Vielleicht steckt da ja noch ein Ei. Und hier ist es noch ein Ei. Ein weißes Ei. Das sieht aus wie ein echtes Ei, nicht? Obwohl. Schauen, ob hier noch ein Ei drinnen steckt. Eins, zwei und drei. Oh, noch ein Ei. Ein gelbes Ei. Wie lustig ist das? Und dieses machen wir jetzt auch auf. Vielleicht haben wir hier noch ein Ei stecken. Und noch ein Ei. Ja, ein rotes Ei. Aber das ist doch sehr klein. So, geben wir das gelbe hier hin. Und schauen, ob hier noch ein Ei drinnen ist. Eins, zwei, drei und... Oh, das ist aber leer. Na klar, da hat kein Ei mehr platzt, weil das rote Ei ist doch sehr klein. Hier haben wir alle unsere Eier in verschiedenen Größen. Und siehst du? Und noch ein kleines Ei hier. So, hier haben wir ein großes, ein kleineres, kleineres, noch ein kleineres und ein winzig kleines Ei. Fünf Eier. Ah, wisst du, was mir gefallen würde, wenn diese Eier magisch wären? Wenn ich mir etwas vorstellen könnte und dann ist es in dem Ei versteckt. Na klar, dafür haben wir ja unsere Vorstellungskraft. Zum Beispiel könnte ich mir Peppers Freunde vorstellen. Vielleicht verstecken sie sich ja in unseren Eiern. Glaubst du es nicht? Na warte, du wirst staunen. Sagen wir unseren Sauberspruch. Abrakadabra, eins, zwei, drei, was verschwunden ist, komme herbei. Hey, Madame Gazelle, aber wie kommst du denn hierher? Madame Gazelle ist in dem blauen Ei versteckt. Ja, es funktioniert. Unser Zauberspruch funktioniert. Mal sehen, wer in dem grünen Ei versteckt ist. Ja, mal sehen. Oh, hier ist sie, Emily, die Elefantin. Wie kommst du denn in das Ei? Mal sehen, geben wir den Deckel wieder rauf und sehen, ob in dem anderen, in einem weißen Ei, auch eine Überraschung steckt. Eins, zwei, drei. Tada, und das ist Peppa Pig. Hallo Peppa, wie kommst du denn hierher? Ja, du bist in dem weißen Ei versteckt. Hast du das gewusst? Na, bleib schön versteckt. Ich muss nämlich noch nachsehen, ob in den anderen Eiern auch jemand versteckt ist. Schauen wir mal in das gelbe Ei. Eins, zwei, drei. Und George. Hier ist er mit seinem kleinen Dinosaurier. Ja klar, die zwei sind uns ertrennlich. Hallo George, du bist in dem gelben Ei versteckt. So, jetzt möchte ich aber noch das rote Ei aufmachen. Mal sehen, ob auch jemand in dem kleinen Ei versteckt ist. So, jetzt machen wir das rote Ei auf. Wo ist denn das rote? Eins, zwei, drei. Und hier ist er. Danny, der Hund. Der Freund von George. Hallo Danny. Seht ihr? Mit diesen Eiern können wir viele Spiele spielen. So, jetzt müsst ihr euch das weiße Ei merken. Wisst ihr noch, wer da versteckt war? Ja, genau, Peppa. Ich werde jetzt das weiße Ei in einen anderen Platz stellen. Und ihr müsst genau beobachten, wo ich das weiße Ei hinstelle. Verliert es nicht aus den Augen. So, wo ist das weiße Ei? Hier ist es. Und jetzt stelle ich es hier hin. Das blaue hier, genau. Und das rote hier. Ich mische sie alle durch. So, und wo ist denn nun das weiße Ei? Seht ihr es noch? Hier, wo ist das weiße Ei? Hier ist es, genau. Mal sehen, ob Peppa noch drinnen steckt. Schauen wir mal nach. Aber wer ist denn das? Zoe. Zoe, das Zebra. Hallo Zoe, was machst du denn hier? Hast du Peppa gesehen? Hm, nein. Wo kann denn Peppa sein? Vielleicht in dem blauen Ei? Nein, hier steckt noch Madame Gazelle. Bis später, Madame Gazelle. Vielleicht ist sie hier, in diesem Ei. Ja, hier ist sie. Hallo Peppa. Wie bist du denn hier hineingekommen? Wie hast du denn das gemacht? Ist das dein Geheimnis? Hm. Jetzt bin ich aber neugierig. Lass uns noch einmal spielen. Jetzt merken wir uns das Ei, wo Peppa drinnen steckt. Ich werde die Eier wieder verstellen. Und ihr müsst euch merken, wo ich das Ei hinstelle. Gut? So, jetzt vermische ich die Eier. Hier steckt Peppa. Ich stelle das hier hin. Das Rote hier. Das Gelbe hier. Dann mische ich sie alle durch. So. Wo kann denn Peppa sein? Ob sie hier noch drinnen steckt? Schauen wir mal nach. Machen wir es auf und... Wie heißt denn das? Oh, das ist doch Candy, die Katze. Hallo Candy. Was machst du denn hier drinnen? Da war doch Peppa vorher. Wo kann denn Peppa jetzt sein? Vielleicht in einem weißen Ei? Nein. Hier ist noch das Zoe, das Zebra. Aber wir suchen dich nicht Zoe. Wir suchen nach Peppa. So, hier in einem weißen Ei ist sie nicht. Vielleicht ist sie in einem blauen oder hier in einem gelben. Aber das ist sehr klein. Aber hier ist sie, Peppa. Hallo Peppa. Wie bist du denn hier hineingekommen in dieses kleine Ei? Oh, das Spiel ist sehr lustig. Ich werde noch ein bisschen weiterspielen. Aber vorher möchte ich euch daran erinnern, unseren Der Daddy Toy Kanal zu abonnieren. Weil ich habe noch ganz viele Spielzeuge, die ich euch zeigen möchte. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020